Wie ist der Transportlogistik in München? Wie sehen Sie dieses Jahr, was nehmen Sie mit, morgen Abend am letzten Tag von der Transportlogistik in München? Ja, wir versuchen von der Transportlogistik schon einiges mitzunehmen. Einmal, weil wir hier hauptsächlich sind, um unsere Kunden zu betreuen, das Gespräch zu suchen, auch zu hören, wo geht der Markttrend hin, wo geht die wirtschaftliche Lage hin. Und es wird uns von unseren Kunden, die hier sind, bestätigt, dass wir noch vermutlich eine strengere Zeit haben. Aber jeder ist natürlich voller Hoffnung für das nächste Jahr. Ihr Haus hat für dieses Jahr die Weichen gestellt. Ist irgendwas geplant in Form von Investitionen etc.? Für dieses Jahr wird noch etwas investiert, aber das kommt noch aus dem letzten Jahr heraus. Und da wird noch eine größere Geschichte angeschafft, beziehungsweise ist bereits bestellt und wird aber installiert dieses Jahr. Das heißt also, im Grunde genommen, Sie sind sehr zuversichtlich? Ja, ich denke, das muss man immer sein, weil ohne die Hoffnung geht gar nichts. Aber wir blicken schon mit ruhigem Gefühl, weil wir versucht haben, in den vergangenen Jahren in ruhigem Fahrwasser zu sein. Und dieses ruhige Fahrwasser auch durch diese schwierige Zeit hindurch mitnehmen. Die Erfahrung, die Stimmung bei Ihren Kunden, wie kam die rüber? Gelassen ruhig, erstaunlicherweise und auch erfreulicherweise. Jeder erkennt die schwierige Situation, aber freut sich auch, nicht freuen, aber sagt, das ziehen wir durch und es geht auch wieder aufwärts. Gelassen ruhig, genau das ist das Thema. Auch hier wieder auf dem Stand nur Positives, überall auf der Transportlogistik zu melden. Das ist es heute vom Stand der Firma Altik neben mir, Herr Schmiedle. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Dankeschön, einen schönen Tag und viel Spaß noch bei weiteren Aufnahmen. Dito, danke.